Lange Zeit hielten sich die Verantwortlichen des kommenden Planet der Affen 4 bedeckt und zwischenzeitlich entstand sogar der Eindruck, dass der Film auf Eis gelegt werden könnte. Nun kommt die Produktion nach den Neuigkeiten zum angeblich sehr überzeugenden Drehbuch vor ein paar Wochen offenbar endgültig wieder ins Rollen. 20th Century Studios veröffentlichte nicht nur den offiziellen Titel Kingdom of the Planet of the Apes, sondern auch ein erstes Bild sowie eine kurze Beschreibung des Cast. Demnach beginne mit dem Film eine neue Saga, die einige Jahre nach Planet der Affen Survival ansetzt. Auf dem Bild sieht man einen Affen, der in einer postapokalyptischen Welt auf einem Pferd reitet. Die Natur scheint sich wieder zurückgekämpft zu haben, denn sie bedeckt die gigantischen Wolkenkratzer und lässt Wasserfälle entstehen, wo vorher Straßen waren. Auf den ersten Blick erinnert die Szenerie sogar ein wenig an The Last of Us, wo die gleichnamige Serie in naher Zukunft erscheinen soll. Auf der Seite der Schauspieler hat man die zwei Jungstars Owen Teague und Freya Allen verpflichtet. Teague kennt man beispielsweise aus S oder dem dieses Jahr erschienenen Horrorfilm Gun in the Night, während sich die 21-jährige Allen als Geralts Ziehtochter Ciri in der The Witcher-Serie einen Namen gemacht hat. Es wird spekuliert, dass Teague die Rolle von Caesars Sohn Cornelius übernimmt, während Freya Allen eine menschliche Rolle spielen könnte, wahrscheinlich die der erwachsenen Noah. Die Vorfreude ist groß, nachdem Insider herausgefunden haben wollen, dass das Drehbuch eine äußerst positive Überraschung sein soll. Wir freuen uns auf die Umsetzung, die Regisseur Wes Ball übernehmen wird. Ein genaues Startdatum gibt es noch nicht, der Film soll aber 2024 veröffentlicht werden. 1